Spastige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Mahlzeit mit einer, tschö, der eine oder andere kennt ja vielleicht das Video hier von mir und ich wollte das jemand schicken, hat aber den Link nicht und hab ich gesagt, gib einfach ein, 100 Jahre Ladeschlussspannung. Seht ihr ja hier ne, so wenn ich jetzt, ich geh jetzt nochmal auf die Startseite, mach hier alles zu, na warte, das starte Youtube nochmal neu, jetzt gehen wir hier mal auf die Suche. Geben ein, 100 Jahre Ladeschlussspannung, na gut, geben wir es erstmal so ein. Oh nein, warte mal bitte kurz, ich mag gerade Video. Also wie ihr seht, nach einigen Seiten scrollen, das Video ist nicht zu finden. Ich gebe jetzt mal dahinter noch Action4free ein. Oh, da ist ein Video vom Robert kommt hier, ne wenigstens, ne was. Bedieningschaltung, Wicklung, Photovoltaik. Also Youtube findet aus Versehen das Video nicht, wo ich euch zeige, dass in den Büchern die Lügen drin stehen, das wird. So, was ist das, wir machen weiter. 18,97 bis 2023. So, dann kommen wir jetzt hier, kommt Zugvideos. Ne? Und nicht über, über mein Video. Aber das bilde ich mir natürlich alles nur ein. Das ist natürlich ganz normal. Haut mal bitte in die Kommentare, was gebe ich denn jetzt hier falsch ein? Bin ich im falschen VPN oder was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht, dass ich das Video nicht finde? Keine Chance Leute. Also ich bin zu blöd, mein eigenes Video zu finden. So, wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, das Video heißt 100 Jahre Ladeschlussspannung, achso, Bleibatterie, Moment, ich muss Bleibatterie noch einfügen. So, 100 Jahre Ladeschlussspannung. Bleibatterie. 1987. Nein. Bis. Ich mache gerade ein Video, sorry, ich muss mal kurz hier. Sandmenschabteilung. Ja, hauptlos auch. Ja, scheiße, es kommen gerade die Jungs unten. Aber ihr seht es hier, probiert das selber bitte mal. Gebt das mal ein. Findet ihr denn mein Video auf YouTube? Und wenn ja, was mache ich falsch? Bitte in den Kommentaren. Gebt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020